Und Bock auf einen spannenden und interessanten Job? Zum Beispiel als Elektroniker eine ganze Stadt mit Energie versorgen? Als Berufskraftfahrer einen richtig dicken Brummi lenken? Oder als Busfahrer die Menschen mobil halten? Die vielfältigen Berufsfelder der Stadtwerke Bonn präsentieren sich auf einer Jobmesse rund um das historische Rathaus. Für jeden der passende Traumjob. Darauf wollen wir einfach aufmerksam machen und die Menschen einfach begeistern dafür, was wir hier für diese Stadt tun. Und vielleicht finden wir den einen oder anderen, der auch Interesse daran hat, bei uns mitzuarbeiten in Form einer Ausbildung oder auch möglicherweise als Fachtraft. Infos aus erster Hand bekommen, mit Profis ins Gespräch kommen. Das geht am besten auf der Jobmesse. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den faszinierenden Jobs, Ausbildungen und dualen Studiengängen der Stadtwerke Bonn. Weil man einfach mit jemandem sprechen kann. Man kann es natürlich auch im Internet oder wo auch immer lesen. Aber hier kann man halt die Fragen, die man wirklich persönlich interessieren, kann man stellen, was man für Möglichkeiten hat, wie das Bewerbung ist, was kommt auf einen zu, was muss man können. Zum Beispiel als Busfahrer bei den SWB. Für viele ein Kindheitstraum. Und wenn dann alle Fragen beantwortet sind, kann man sich, wenn man will, auch schon direkt entscheiden. Also der Entschluss für mich steht schon länger fest, dass ich Busfahrer werden will. Aber jetzt ist auch noch mal bekräftigt, dass ich auch wirklich bei der SWB meinen Beruf antreten will. Wunderbar. Erste Stelle schon besetzt. Aber es gibt noch viele weitere spannende Jobs mit guten Entwicklungschancen, attraktiver Vergütung und hoher Work-Life-Balance. Ich bin erstens begeistert davon, wie viele verschiedene Ausbildungsberufe wir hier im Konzern Stadt Bonn einschließlich Stadtwerke, einschließlich Februar und der Beteiligung, die wir haben, anbieten. Und auf der anderen Seite bin ich wirklich begeistert, wie viele Menschen sich dafür interessieren für die verschiedenen Ausbildungsberufe und hoffe, dass viele auch eine Bewerbung abgeben. Insgesamt bieten Stadtwerke Bonn und Stadt Bonn rund 70 Ausbildungsberufe an. Da ist garantiert für jeden was dabei. Ich habe mich für den Beruf der Feuerwehr interessiert und habe gehört, dass wir die ausstellen. Bin dann mal vorbeigekommen, habe gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Unbedingt. Vor Ort informieren sich zahlreiche junge Leute, aber auch Fachkräfte und Quereinsteiger über die verschiedenen Möglichkeiten. Interesse? Na dann einfach mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal.